Ups. Schon ein bisschen ungewohnt, also so freizügig. Achso, das ist ungewohnt. Der hat einen Gürtel an als Outfit. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es bestimmt auch Leute gibt, die sich nicht so sehr wohlfühlen, wenn sie sich so leicht bekleidet zeigen müssen. Ich habe einfach ein Interview mit einem Federharnisch an. Das ist ein Traum. Ich liebe einfach, ich liebe die Videos von Tomantlings. Es ist so unterhaltsam. Er stellt super ernste Fragen, aber guck mal, wie er gerade aussieht. Der sieht aus wie mein Druide bei Diablo. Sehr guter Call. Sehr, sehr, sehr guter Call. Ist das geil. Oh, es ist doch schon wieder herrlich. Wenn du einfach so bei der Charaktererstellung einfach so komplett reintrollst und dich komplett verklickst. Auf einmal drückst du bestätigen. WWE Outfit. hat sein Debüt bei Smackdown, Alter.